Als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der elektronischen Komponenten versteht Vargo die Notwendigkeit fortwährender Weiterentwicklung. Doch trotz ihres Erfolges steht Vargo denselben Herausforderungen gegenüber wie andere Unternehmen, die echtes Omnichannel Marketing betreiben. Hohe Kosten, ineffiziente Datenerfassung und lange Produktionszeiten führten dazu, dass das traditionelle Marketing schnell an seine Grenzen stieß. Kurz gesagt, dieses Marketing-Mindset war nicht mehr tragbar. Vargo wollte Automatisierung und zukunftsweisende Layout-Prozesse in die Marketing-Publikationen einfließen lassen und begann die Print Suite zu nutzen. Print Suite befähigte Vargo die kreative Produktion und das Layout des Kataloges zu automatisieren. Diese Automatisierung ermöglicht Vargo den Katalog auf Basis der Facetten des Online-Katalogs zu erstellen, um eine einheitliche User Experience über alle Kanäle zu schaffen. Früher dauerte es über ein Jahr, einen neuen Vargo-Katalog zu erstellen. Heute wird nur noch einen Tag benötigt. Und das im Grunde mit einem Klick. Das Marketing-Team ist jetzt frei, das zu tun, was es am besten kann und vergeudet keine wertvolle Zeit mehr mit Copy und Paste, sondern investiert in Produktdaten und die Erstellung spezifischer Kataloge, die genau zu den Anforderungen der Vargo-Kunden passen. Mit den frei gewordenen Ressourcen werden nun viele zusätzliche Aufgaben umgesetzt. Zum Beispiel nutzen sie die innovativen Lösungen von Print, um technische Zeichnungen, Datenblätter und datengeschützte mehrsprachige Verpackungen zu automatisieren. Für Unternehmen wie Vargo sind digitale und Print-Publikationen entscheidende Bausteine des Omni-Channel-Marketings. Und wenn diese mit einer zukunftsweisenden Plattform wie die Print Suite produziert werden, kann Vargo ihren Kunden eine wirklich herausragende Customer Experience bieten. Wie sie ihre Publishing-Prozesse und Produktkommunikation verbessern können, finden sie auf print.com.